alter bin ich wirklich schuld hochzeitsgerüchte weiße wolken kapitel 7 fällt der adler und ja was der matter ingrid i never hear you sigh like that oh hi dorothea and hello professor nothing's the matter well nothing major you don't look like it's nothing major then again i suppose you always have a furrowed brow don't you truth be told there's rather a lot going on it seems that there's always something to worry worüber machst du dir denn sorgen a childhood friend who's always causing trouble my family things like that also tosübligi you see i received a letter from my father recently from count galatea what a kind gentleman to have for a father i thank you but the content within the letter is what i find troubling let me see oh it's a marriage proposal for you i've not met him though i've heard his name here and there he began life as a merchant but has somehow achieved ranking court an enterprising noble from an ally territory it's most likely that he wants the crest of dafnau that i bear to adorn his family name yes that sounds about right the jerk you sound as though you know him do you yes i must admit that i know him he tried to court me when i was a singer best advice i can give you ingrid stay far far away from this guy he's offered a sizable dowry so i must at least consider it for the sake of my family dowry blood money that's all it is dorothea i this jerk's entire fortune is soaked in blood do you want to rebuild your own house using that kind of money i mean it's all just rumors but i think it's still might be worth investigating what do you think professor should we go check this guy out was rechen wir auf nebenquest starten wir haben keine zeit vorbereitungen treffen ich habe die batalione vergessen ich habe dann noch gesagt erinnert mich dran mensch hoffentlich haben wir jetzt wieder aber ich vermute er fast nicht okay ausdauer von vier bataillonen wieder herstellen ja ich glaube wir haben sie wieder hey batter ja okay wir können hier noch bataillonen ingrid und die peter und die peter der seite und die peter der seite und die peter der seite und die peter warum können wir nur neuen also sind ja die batalione warte mal, Petra hatte, Hubert hatte, hat noch, wir haben noch, ok, wir haben sie noch, ok, ok, einheiten, wir haben 9 von 9, warum hast du eigentlich keine Rettung, ja genau, die nehmen wir gar keinen Ritter mit, Alter, seid ihr denn noch ganz dicht, oder was, so, Kavallerie brauchen wir den Edelgard, kommt mit, wir sind echt mutig, wenn die Mien mit, Adjutant, hm, okay, er war da, er war der Adjutant, ich hab das mit den Adjutanten tatsächlich noch nicht so ganz raus, Ferdinand, und er war der Adjutant, Ingrid ist ein Pegasusritter, Alter, Ok. Dritter hier, Söwe. Ok, machen wir das mal so. Oder kann ich hier Edelgarten mitnehmen? Ich probiere es mal so. Ich habe keine Ahnung, was der Adjutant bringt. Items. So. Ambrosia Sagan Tal Schwert hat 20. So. 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 the more. I see. he is a monster and no good for my ingrid ok. so I better get back to the monastery hold on a minute you brats Ah. Okay, okay. Wenn Ingrid ihren Zielort erreicht, gewinnst du die Schlacht. Ingrid, da müssen wir hin, okay. So, ich und mein Sibi hier, wem habe ich jetzt, Petra habe ich, ne, wem habe ich denn den Adjutanten gegeben? Petra war doch das, oder? Genau, Idle dort. Was bringt der Adjutant? Ich hab keine Ahnung. Alter, was hat denn die für ein Stahlschwer? Ich glaub, die hat ein zweites, hoffe ich. Nein, hat sie nicht. Nein, hat sie nicht. Echt jetzt? Ah, sie hat zwei, okay. Echt, um einen? Echt? Ah, das ist gut, nix. Echt? 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 gute können wir jetzt ja dann nimmt doch nehmen doch den mal die scheiß übungs lanze raus der grittet wieder nicht der lässt sich lieber aufs maul haben gescheint ein heftiger kamp rost schwert gefunden also mit lanze autorität level 3 und res sammeln war da mal wir müssen darunter machten wir da wer hat denn hier meister arzt was ist hier eigentlich stahl lanze ist mir da und die schecklott unterwegs und ihr sichert da hinten ab falls die nachkommen auf in kreis the reward now hurry up and capture that girl that merchant is giving orders to the bandits i bet if we take him out reinforcements we'll see wo ist denn der nach oben ja wir könnten ja hier runter gehen und dann so rum dann könnten wir uns den noch holen und dann äh ja hätte ich aber hier oben rumlaufen sollen ne ja komm mal gucken was du so kannst was ist rest sammeln klingt wahrscheinlich überhaupt nix ja da kommt sie soweit muss man mal ganz kurz bürger tiffen so dann kommst du da hin ihr macht da hinten so das ist echt müssen das war sie wieder ein das verstehst du nicht unterziehen die rüber ein das war die rüber ein ich kann aber gleich wieder ich mache dir einen dann sage ich mal was du kannst ausweichen echt jetzt aber level ab ja hier halt echt geil wenn man bei level ab wieder hp voll so bernadetta da war der morgen haben wir den dann noch da kommt eine dünne die pfeife über den wuchten wenn er bett an 14 er kann nicht mehr betraten 15 die konnte keine ahnung warum genau habe ich was habe ich mir dabei gedacht hat sich sehr zum die bittringen gemacht habe hätte ich beinahe gesagt wir bekommen erwartung 5 aufgefrischt also der kann nicht mehr sie kommt nicht so weit scheiben monik Oh, der kam gerade nicht. So, wer kommt jetzt? Die wollen von hinten kommen. Okay, ich glaube, wir müssen da doch ein bissel. Okay, okay. Mann, das geht eigentlich. Oh, wie sind das da? So, Dorosier. Sieben und der heilt zehn. Warten. Still unstoppable. Nice. Gut. Gehen Sie mal los. Ich stelle es nicht da hin. Dann noch ein Antidote. Da kommt der Dom's Arschleck nicht hin, ne? Oh, nice. So, die haben wir jetzt den Vorderen. Okay, dann passt das soweit. Dann könnte ich mal das Platz so stehen lassen. Die kommen echt von hinten. Oh, die ist schon wieder Tumult, alter. Boah, Gott sei Dank. Der Nebende, der Nebende. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal mit Tickle aufräumen. Schau. Really? Okay. Ich hege. Ich hege. Ich hege, wenn du bist doch so ein Ritter. Ich hege. Oh, geht schade, wie. Okay. 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 Oh, ich hege. Oh, okay. Äh, okidoki. So, wir machen hier Tiger-Leh. Blaine. Aber noch mal eine Lanze. Aber noch mal eine Lanze. Oh. 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 So, dann. Oh. hallo wie gesagt zurück jetzt muss ja kann ich mich nicht angreifen ich komme ich dahinter den adjutanten der ist wohl auch also der hat irgendwelche spezielle effekte und der level dann aber mit er ist jetzt ein richtig übel weil ich muss jetzt schon wieder pervertiften na Wow, der Kängel. wie die wieder alle auf Kasparin Aaaaaaalt und drei mittel aber die und level ab So, die kriege ich jetzt nicht da unten weg, gar nicht. Komm schon. Nice. So, und jetzt müssen wir damit dann aufpassen, weil die kommen nämlich gleich von hinten. Und das hier wird nämlich nicht funktionieren, ne? Petra kriegt den weg. Oh, ich bin gerade da unten. Oh, nein. Okay, was haben wir hier unten? Da unten haben wir auch noch welche. Jetzt gehen wir da jetzt, da ja. Okay. Ich geh jetzt mal da hin. Unterstützen, Heilung, da. Übungsschwert. So, sie räumen mal kurz da hinten auf. Oh, ich bin nicht dabei, fliegt mir immer gröber. Nice. Zieht gerade in die zweite Runde. Mu. Dann netter, lass sie nicht wegwehen, ne? Okay, da hinten bleibt mal Satje stehen. Die Teile hier, die geben wohl Schaden. Ne, dann. Unseltend. Nice. Und weg. Hier, warte, macht der jetzt einfach mal zwei Angriffe. Das verstehen wir nicht so ganz. Wann das einer ist und man zwei. Was das auslöst. Ja, zieht er leider, guckst du, ne? Verbessert er sich zum B-Schwert. Achsbrecher erlernen. Der will es echt wissen. Woll, ein Schaden. Ja, die Teile geben Schaden. Okay, warum genau gibt das hier Schaden? Also, wir warten hier mal. So, die HP sieht soweit bei allen gut aus. Dann kann ich ja mal ein Item saufen. So, lassen wir die mal rankommen. Und, also, sehr. Oh, nice. Der ist schon mal weg. So, das ist schon mal weg. Sehr. Nice. Was macht denn der? Jede Runde K.P. Ausrüsten und verwenden. Die Frage, wie machen wir das? Wir gehen doch hier hoch. Wir holen uns die Kiste und gehen den da weg, weil der nervt mir nicht. Dann darf Petra mal wohnen. Das war gerade der Buben, ist beleidig. Aber egal. Siegeteuer. Ja. Ich glaube, der kriegt der Schaden. Der ist schon fast tot, bis er da ist. Da ist dein nur so fantasierend. Das verkau pen, wenn dann nicht so groot seinbereichen. Der gucke travail eine deny. 4,5,5,5,6,6,7,7,7,7,0. Und so Heilung Revolt Das ist meine Kugel. ich muss da mal Gluck rüber ziehen schön gemacht Benedetta warum hat der immer den Eisenbogen drin so gehts halt nicht ich hab doch Feuer drin ich kann gerade nicht ich habe den Doinko ja Benedetta kommt da nur ein Dingin äh warte mal warte mal so nice da hau man ganz weg hardly worth my time so die da unten die bleiben brav ich würde sagen hau mal Kasper da hin der ist schon gut das oben fehlt oder Rostland der hat sich voll gelohnt gehen halt alle auf ihn auf uns trauen sie sich nicht ah jetzt fangen wir so der neben Flammenwappen unser Wappen hat sich hier aktiviert oh nö ist das gemein loess der neben doch nicht doch mal du pfeifel zieh dich rüber ein bau nach 100 jahren mutige lämmer wieder getroffen so sind jetzt dahinten wir sind weg ok ok jetzt komme ich doch das schlägt nicht hin doch da komme ich hin